Phuket, die kleine thailändische Insel Phuket ist wohl der bekannteste Ort Thailands. Durch seine hervorragende Lage und seine verschiedenen Gebiete und unterschiedlichen Strände ist Phuket zu einem der größten Touristenmagneten des Landes geworden. Die Insel ist ledig 48 Kilometer lang, ledig ca. 21 Kilometer breit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Wow! 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 Thank you. All right. Thank you. 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 Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah. 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 Thank you. Yeah. Thank you. 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 Yeah. Thank you. 9. Yeah. 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 Yeah.